Herzlich Willkommen zu einem Vortrag über Akromatopsie. Akromatopsie in die völlige Farbenblindheit. Sie erfahren hier einiges über die Diagnose, über Symptome und geeignete Hilfsmittel. Mein Name ist Hans-Werner Merkelbach. Ich bin Vorsitzender der Akromatopsie-Selbsthilfegruppe. Kennen Sie eigentlich Pingelab? Pingelab, das kleine Atoll im Südpazifik? Pingelab, die Insel der Farbenblinden? Der britische Neurologe Oliver Sex beschreibt in seinem Buch, wie es dazu kam, dass es dort überproportional viele Menschen mit Akromatopsie leben. Und erzählt vom Leben der sehbehinderten und normalsehenden Insulaner, für die farbenblind zu sein, zum Alltag dazugehört. Pingelab hat nur etwa 450 Einwohner. Davon sind ca. 75 farbenblind. Das ist jeder sechste der dort Lebenden. In Deutschland gilt Akromatopsie als eine sehr seltene Augenerkrankung. Hier leben nur ca. 2700 Akromatinnen und Akromaten. Es ist also nur jede bzw. jeder 30.000. in Deutschland davon betroffen. Ich bin mit dieser seltenen Sehstörung Akromatopsie geboren. Meine Eltern waren beide ein Träger des für Akromatopsie verantwortlichen Gens. Sie wussten aber nichts davon. Bei ihnen und in der Verwandtschaft war davon auch nichts bekannt. Die Form der Vererbung, die die Akromatopsie auslöst, bezeichnet man als autosomal-rezessiv. Nur in dem sehr unwahrscheinlichen Fall, dass beide Elternteile Träger desselben Akromatopsie-Gendefektes sind und dass beide diesen defekten Teil des Erbgutes an ihr Kind weitergeben, wird das Kind mit Akromatopsie geboren. Die Begriffe farbenblind oder kolorblind werden sehr häufig auch für andere Farbsinsschwächen oder Farbfehlsichtigkeiten verwendet. So wird fälschlicherweise die Rot-Grün-Schwäche auch Farbenblindheit genannt. Dabei betrifft sie jedoch nur die Differenzierung der Farben Rot und Grün. Andere Symptome der Akromatopsie, wie Lichtempfindlichkeit oder Sehschwäche, sind damit nicht verbunden. Mit der Akromatopsie sind noch mehrere Symptome verbunden, nicht nur die Farbenblindheit. Ich lebe sozusagen in einem Schwarz-Weiß-Film. Aber weitere Beeinträchtigungen sind eine starke Lichtempfindlichkeit und eine Sehschwäche. Das Sehen mit Akromatopsie ist nur sehr schwer zu beschreiben und fototechnisch nur ansatzweise darstellbar. Trotzdem soll mit den nachfolgenden Bildern versucht werden, einen Eindruck zu verschaffen. Sie sehen einen bunten Marktstand. Jetzt sehen Sie den Marktstand in Schwarz-Weiß, also nur in Grautönen. Sie kennen solche Bilder aus alten Filmen oder Schwarz-Weiß-Postkarten. Akromaten sind extrem licht- bzw. blendungsempfindlich. Das kann durch die Überbelichtung des Fotos nur annähernd gezeigt werden. Die Sehfähigkeit beträgt nur ca. 10% eines Normalsehenden. Dieses unscharfe Foto soll das symbolisieren. Es muss aber ausdrücklich gesagt werden, dass Akromaten die Welt nicht verschwommen wahrnehmen. Sie können die Dinge aus der Entfernung nur nicht erkennen. Normalsehende können ein Ortseingangsschild mindestens aus 100 Metern Entfernung erkennen. Ich kann dann nur sehen, dass da ein Schild steht und nichts darauf lesen. Ich muss auf 10 Meter ran, um möglichst die Großbuchstaben erkennen zu können. Zitterbewegungen der Augäpfel nennt man Nystagmus. Dies fällt bei Kindern oft als ein erstes Symptom auf. Doch Akromaten selbst bemerken diese Augenbewegungen nicht. Hier noch einmal zusammengefasst die Symptome der Akromatopsie. Das Problem, Akromatopsie zu diagnostizieren, liegt oft schon daran, dass es bei Kinderärzten oder bei Augenärzten kaum bekannt ist. In Deutschland werden im Jahr vielleicht 15 bis 20 Kinder mit Akromatopsie geboren. Aber es gibt 15.000 Kinderärzte. Auf der Netzhaut des menschlichen Auges gibt es zwei Arten von Sinneszellen, die das Sehen ermöglichen. Die Zapfen und die Stäbchen. Die Zapfen in der Mitte des Sehzentrums sind für das Farbensehen verantwortlich. Die außen angeordneten Stäbchenrezeptoren erkennen nur hell und dunkel. Sie sind also eigentlich nur für das Dämmerungs- und Nachtsehen besonders geeignet. Außerdem produzieren die Zapfen ein fein differenziertes, scharfes Bild am Tage. Die Bildauflösung der Stäbchen ist jedoch 10 Mal gröber. Im Sehzentrum von Akromatinnen und Akromaten werden nur die von den Stäbchen erfassten hell-dunkel-Werte verarbeitet. Und die nur in einer deutlich schlechteren Bildauflösung. Schwierig ist die Diagnosestellung zunächst, weil die Netzhaut bei der Augenuntersuchung mit der Spaltlampe völlig gesund erscheint. Darum ist man für die erste Diagnose fast nur auf die mit dieser Sehstörung verbundenen Symptome angewiesen. Leider gibt es keine differenzialdiagnostische Leitlinie für diese Erkrankung. Und letztlich gibt eine Genuntersuchung erst endgültige Gewissheit über die Diagnose Akromatopsie. Bei Kleinkindern oder gar Säuglingen ist es nur schwer möglich, Akromatopsie zu diagnostizieren. Das erste, was auffällt, ist der Nystagmus, das Augenzittern und die Lichtempfindlichkeit. Sie sehen hier zwei Bilder von mir als kleinen Jungen. Als Säugling fiel es ganz besonders auf, wenn man mich nach draußen ins schöne Wetter, in die Sonne fuhr mit dem Kinderwagen. Und ich habe dann die Fäustchen vor die Augen gehalten oder sogar geweint. Mein Kindername war nicht Hans Werner, sondern Hans Weiner. Wenn ein Kind positiv auf bestimmte Lichtschutzbrillen, also Kantenfilterbrillen, reagiert und dann die Augen, die es sonst geschlossen hält, bei Sonnenlicht öffnet, dann ist das schon ein erstes Zeichen vielleicht für die Diagnose Akromatopsie. Die Sehschwäche und die Farbenblindheit kann man bei einem Säugling oder auch bei einem Kleinkind nur schwer diagnostizieren, weil diese Eigenschaften noch gar nicht ausgeprägt sind. An einigen Beispielen möchte ich Ihnen erklären, welche Behinderung mit Akromatopsie im Alltag verbunden ist. Zum Beispiel ist es für uns oft schwer, Menschen, selbst die, die wir gut kennen, wiederzuerkennen. Hier in diesem Beispiel hatte ich mich mit meiner Frau verabredet, aber sie musste sich in dem Café bemerkbar machen, damit ich sie aus der Menge der Menschen erkennen konnte. Der Einkauf bzw. die Auswahl von Lebensmitteln sind oft schwierig. Die Bananen sind nur grau. Welche sind noch unreif und welche schon lecker süß? Farbensehende Menschen erkennen das an den Farben Grün und Gelb. Buffets sind für Akromatinnen und Akromaten eine echte Herausforderung. Wegen der fehlenden Farben ist das reichhaltige Angebot kaum differenzierbar und eigentlich nur verwirrend. Kleine Hinweisschilder helfen dann auch nicht, weil die Schrift zu klein ist. Hier noch einige Beispiele. Die Auswahl von Kleidung, Freizeit, Pflanzen bzw. Blumen. Probleme haben die Betroffenen auch bei der Orientierung in fremder Umgebung, bei vielen Anforderungen in Schule, Studium und Beruf. Wegen dieser Behinderung brauchen die Betroffenen oft mehr Zeit, mehr Energie und besondere Hilfsmittel. Negativ bei der Akromatopsie ist, dass sie nicht heilbar ist, jedenfalls noch nicht. Negativ ist auch, dass es keine Medizin, Therapie oder ein Training gibt, das die Akromatopsie lindern könnte. Und es gibt auch keine Wunderbrille, durch die ein Farben blinder Farben sehen würde. Positiv ist, dass die Akromatopsie keine fortschreitende Sehstörung oder Erkrankung ist. Positiv ist auch, dass es einige Hilfsmittel gibt, die den Alltag erleichtern. Es gibt Nachteilsausgleiche in Schule, Beruf und Studium. Positiv ist auch, dass es inzwischen Forschung zur Gentherapie gibt. Am Departement für Augenheilkunde am Uniklinikum in Tübingen werden klinische Studien zur Gentherapie bei Akromatopsie durchgeführt. Nachdem in einer ersten Phase die Sicherheit und Wirksamkeit nachgewiesen wurden, werden jetzt erstmals auch Kinder in die Studie einbezogen. Erste Erfolge zeigen, dass bei einigen erwachsenen Patienten die Blendungsempfindlichkeit gemildert und das Sehvermögen geringfügig verbessert werden konnte. Wegen der höheren Plastizität junger Gehirne rechnet man bei Kindern mit weit besseren Ergebnissen. Hier nun einige Beispiele für geeignete Hilfsmittel. Kantenfilterbrillen oder Kantenfilterkontaktlinsen schützen das Auge vor den kurzen Wellen des Lichtspektrums. So werden die violetten und blauen Anteile des Lichtes, die als sehr hell empfunden werden, geblockt. Kantenfilter erhöhen den Kontrast und vermitteln einen schärferen Seheindruck. Bei gleißendem Sonnenlicht kann ich keine Ampelanlagen erkennen. Wenn ich eine konventionelle Sonnenbrille aufziehe, ist das schon eine Hilfe, aber die reduziert das Licht nur linear. Kantenfilterbrillen hingegen erhöhen für mich die Kontraste und erhöhen das Rot und lassen die Ampel für mich so deutlicher werden. Und eine Schirmmütze ist mein ständiger Begleiter. Die bekanntesten Hilfsmittel für Sehbehinderte allgemein sind Lupen oder vergrößernde Brillen für die Nähe, Monokulare oder Ferngläser für größere Entfernungen, elektronische Bildschirmlesegeräte für Schule, Studium und Beruf. Seit einigen Jahren werden auch Hightech-Brillen angeboten. Sie können Texte vorlesen, Objekte erkennen, Personen identifizieren und Farben benennen. Nur wenige Akromatinnen oder Akromaten nutzen den weißen Langstock zur eigenen Sicherheit im Straßenverkehr. Speziell für Farbenblinde gibt es Farberkennungsgeräte, die Farben benennen können. Diese Funktionen haben auch einige Smartphone-Apps. PCs bieten Bildschirmlupen, Textansage, invertierte Anzeige und weitere Funktionen für Sehbehinderte und Farbenblinde. Smartphones und Tablets sind für Akromaten und allgemein für Sehbehinderte eine unschätzbare Hilfe. Die Kamera dient als Lupe und Fernglas zugleich. Das Zoomen von Texten und Bildinhalten macht Lesen und Erkennen einfacher. Diktier- und Vorlesefunktion erleichtern die Arbeit bei schlechten Lichtverhältnissen oder zu kleiner Schrift. Spezielle Apps helfen bei der Orientierung. Sprachassistenten wie Siri oder Alexa erleichtern den Alltag. Wir Akromaten leben natürlich auch in einer Welt, die farbcodiert ist. In der Spielfiguren, in der Schilder und Arbeitsmaterialien farbig sind. Damit wir damit umgehen können, brauchen wir eine alternative Markierung, die diese Farben symbolisieren. Color Add ist so ein System, mit dem man durch drei einfache Symbole, die für Rot, Gelb und Blau stehen und deren Kombination einen ganzen Farbenkreis darstellen kann. So wird aus Gelb und Rot Orange und aus Blau und Rot Lila und so weiter. Mit entsprechend kodierten Malstiften oder Wasserfarben können Farbenblinde auch selber farbig malen. Farbige Leitsysteme können mit Color Add-Symbolen zusätzlich gekennzeichnet werden. Es gibt inzwischen Spielkarten mit diesen Symbolen. Man kann damit Kleidungsstücke markieren, Ordnung schaffen. Einige Eltern oder Kindergärten bekleben selbst Spiele mit diesen Symbolen, um farbenblinden Kindern ein gleichberechtigtes Miteinander zu ermöglichen. Color Add fördert die Inklusion. Menschen mit Akromatopsie haben Anspruch auf einen Schwerbehindertenausweis, auch schon im Kindesalter. Dies bringt je nach Grad der Behinderung steuerliche Vorteile. Zusätzlich gibt es in einigen Bundesländern noch eine finanzielle Unterstützung durch Sehbehindertengeld. Bei der Beantragung eines Behindertenausweises ist es für Personen mit dieser spezifischen Sehstörung besonders wichtig, dass die Sehstärkenuntersuchungen für unterschiedliche Lichtverhältnisse gemacht und dokumentiert werden. Die Sehleistung schwankt bei Akromatinnen und Akromaten in der Regel zwischen einem Visus 0,1 in der Standarduntersuchung im abgedunkelten Arztzimmer und einem Visus von 0,02 bei Sonnenschein im Freien. Diese Tagblindheit entspräche dann einer hundertprozentigen Schwerbehinderung im Sinne des Gesetzes. Der Visus ist im Mittel in aller Regel nicht höher als 0,05 zu erwarten. Unsere Akromatopsie-Selbsthilfegruppe wurde 2005 gegründet. Inzwischen sind wir etwa 120 Akromatinnen und Akromaten. Dazu kommen noch Angehörige, Freunde und Förderer in unserem Verein. Ganz wichtig ist uns die persönliche Begleitung und Betreuung von Mitgliedern. Besonders dann, wenn sie frisch im Verein aufgenommen werden, gibt es viele Fragen zu Hilfsmitteln, Fragen zu Fördermöglichkeiten, Schwerbehindertenausweis und anderen Sachen. Ganz wichtig ist uns auch eine aktive Öffentlichkeitsarbeit, damit die Akromatopsie als sehr seltene Sehstörung auch über unseren Verein hinaus öffentlich wird und bekannter wird. Der Akromatopsie-Selbsthilfeverein unterstützt Betroffene und deren Angehörige, macht Erfahrungsaustausch möglich, informiert über Hilfsmittel und Förderung, gibt Tipps zur Alltagsbewältigung, ist im Dialog mit Ärzten und Optikern, beobachtet Forschung und Wissenschaft und der Verein ist gemeinnützig. Lassen Sie mich zum Schluss noch etwas Wichtiges sagen. Auch wenn wir mit Akromatopsie sehr eingeschränkt sind, keine Farben erkennen können, leben wir nicht in einer traurigen, tristen, nur grauen Welt, sondern wir erleben die Welt als bunt, als lebendig, in vielen, vielen Graustufenunterschieden und die Welt ist so für uns komplett. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.